Als ich das Auto das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das ist er. Was dieses Auto bietet, das ist schon sensationell. Normalerweise denkt man sich, jetzt kriege ich ein neues Auto und jetzt will ich es wissen. Aber was da gekommen ist, an das habe ich wirklich nicht gedacht. Es war gut, dass ich mich das erste Mal für die BMW-Welt entschieden habe. Bis jetzt habe ich die Autos immer in der Niederlassung abgeholt. Und das ist so ein Tag, der ist was Besonderes. Die Eindrücke, die man hat, allein in der BMW-Welt, wenn man da reinkommt, die tollen Autos. Der vorzügliche Empfang war ein sehr großes Erlebnis für mich. Ich habe ihn dann das erste Mal gesehen, aber natürlich in dem Rahmen auf der Drehscheibe drauf. Das hat schon was. Genau das ist das Auto, was ich haben wollte. Und dann haben wir gedacht, den holst du jetzt. Kann er dann natürlich nur noch besser werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Auto ist dann noch irgendwie eine Klasse besser. Das Fahrwerk ist hervorragend. Der Komfort bleibt auch nicht auf der Strecke. Das Handling ist super. Die Bedienung natürlich ist super jetzt mit dem großen Bildschirm. Sie sehen auch, dass die Connected-App jetzt hier bereits angelesen ist. Das heißt, Sie können später auch Ziele vom Telefon beispielsweise direkt übertragen. Reinschicken dann, ja. Dann können wir das Telefon dann dann ablegen. Gerne ablegen. Gleich zum Laden dann, oder? Genau. Und dann natürlich der Event im Olympiastadion. Also das war schon top. Da haben wir gedacht, was kommt jetzt? Ich habe mir beim besten Willen nicht vorstellen können, was da passiert. Jetzt wird es spannend. Das wird noch besser. Und es kann mir gerade an 60 Prozent Gefälle ran. Und dann war das schon ein ungewöhnliches Gefühl. Diese Powerslides im Rund, das Olympiastadion, das ist eine Geschichte, die vergisst man nicht. Es gibt eigentlich nichts, was man dem Auto nicht machen kann. Und was das Schöne ist, ist immer Spaß dabei. von morgen. Ich gebe jetzt sie in das Marken. Und jetzt darf ich noch mal wieder einmal weiter. Das ist eine Geschichte, die wo sie sind. Und dann bin ich noch mal in den Barsch. Ich gebe jetzt mal über das, was du schieber in dem Pferde. Und dann bin ich an das Schöne. Das ist alles gut. Und dann das jetzt alles von oben. Und dann bin ich noch ein paaroli. Und dann bin ich direkt auf das Schöne. Und dann bin ich noch mal.